Oder muss ich da erst den Weg mit den Stärken wegräumen? Thouse of this city is Mystic Town. Solange es nicht Mystic Falls ist. Vampire Darius-Anspielung. That is a small town. Yep, schön für dich. Und das da oben ist ein Pokémon-Center. Wieso bin ich da jetzt aus dem Ruhm gegangen? Ich weiß es nicht. Los. Heile. 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 Du 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 du. Chicken, quick! Now I will show you how to use Rock Smash. First, Teacher Pokémon can learn it. And when you see these rocks, you can use Rock Smash to pet them. Watch! Go Hippopotas, use Rock Smash! Sieht aus wie ein Kaninchen. Okay, the border blocking our ways is broken. You can do like me. You also find some useful items and encounter Pokémon that hide within them. Good luck! Bye and see you later! Heppopotas, it's time to go! Ja, schön für dich. Na, bist du Trainer? Du bist ein Trainer. Oh, sure, wir akzeptieren deine Challenge. Ich habe ein viel Geld. Dann nimm mal her damit. Ich brauch welche für Tränke. Ich hab gerade ein bisschen was verschwendet. Witch Boy. Wieso ich jetzt gelacht habe. Leute, die die Extreme Randomizer Schwarz-Naslog von Jan gucken, wissen wieso. Oh, dieses Zickzopf ist ganz schön. Watt! Was war denn jetzt Headbuck für eine Attacke? Noch zwei Tränke? Ich sollte wieder welche kaufen. Full Restore! Top-Genesung, oder? Das gefällt mir aber gar nicht, dass du sowas benutzt. Und meine Attacke sinkt und sinkt und sinkt und sinkt bis in die Unendlichkeit. Egal, ich greife jetzt im Ziell an. Hier, was ist das, ey? Aber was ist Headbuck für eine Attacke? Ah, Kopfnuss. Was? Du willst mich kopfnüssen? Das gefällt mir aber gar nicht. Weißt du das? Keine Kopfnüsse verteilen. Und das hat nicht gereicht. Ich brauche sowas von neue Tränke. Ich schaffe das mit Milky. Das hättest du vielleicht vormachen sollen. Jetzt bist du Geschichte. Tschüssi! Und greifest du Level 7. Und nennst du eigentlich Kopfnuss? Winston. Why couldn't I win? Weil dein Pokémon allergisch gegen Milch ist. Deswegen. Ja, sicher, Chitin, sicher. Potions. Wie viele kann ich kaufen? 19 Stück. Äh. Gib mir 10. Vielleicht nochmal schnell zum Poké Center wandern. Aber wo bekomme ich eigentlich endlich mal eine Karte? Gar nicht, Chicken. Gar nicht. Das Spiel möchte nicht, dass du dich orientierst. Der Orientierung ist a lie. Merke ich schon. Merke ich schon. Naja, aber auch egal. Was haben wir denn hier so für schöne Pokémon? Es ist männlich. Es ist männlich. Scheinox. Wenn ich dann mal ein Scheinox. Was ist das? Sternförmige... Erstmal fangen, Chicken. Dann kannst du dir immer noch... Eine Nähmchen überlegen. Eine Nähmchen. Weil das das richtige Wort ist. Und Scheinox wurde gefangen. Oder Schinks. 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 Du scheinst also. Aber du bist kein Shiny. Ich nenne dich einfach Sparky. Spar... Car. Yay, ich habe ein Elektro-Pokémon. Bist du eigentlich schon Unlicht? Nein. Naiv. Oh, einer naives... Potion. Was haben wir denn hier noch so rumlaufen? Um kreuschen und fleuschen. Star-Lily. Kreisler. Wicc-Tick. Ach komm, hier. Sparky, sammle Erfahrung. Indem wir dich kurz reinschicken und dann wieder austauschen. Reinschicken. T-Tick00. M… 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 T-T-Ting. Wutsch. Wundch! Was lernst du endlich mal ne bessere. Dings-Attacke. Wasser. Blower so schwach. Selbst mit Step ist es schwächer als Pfund. Ja. Selbst mit Step. Knackle, Jun. Ah, du kannst auch hier lang gehen. Du musst nicht tausend Millionen Mal außen rumlaufen. Merke es dir doch endlich. Du bist jetzt so auf diesen Weg entlang gegangen. Aber du kannst es dir einfach nicht merken. Warum nicht? Ist halt so. Ja, ist so. Ob es hier auch wieder ein Pokémon Ei gibt? Wer weiß. Vielleicht gibt es ja sogar Togepi. Wer weiß. Kreisle! Komm, das Nagelhauts kannst du fertig machen, oder? Ach, ich bin so froh, wenn du Kopfnuss lernst. Dein originales Ich in der Nasrug hat damit ja alles weggeköpft. Ich wäre so froh, so froh, wenn du das lernen würdest. Wann auch immer du das lernst. Ich habe keine Ahnung. Nagelhauts. Ägernet, 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 ägern. Patrat. Patrat. Das heißt doch eigentlich Patrat. Epic Tackle of Doom. Damdam. Tackle fight! Ein Pokéball! Yay! Da ist nichts. Wie komme ich eigentlich da oben zum Haus hin? Wieso sollte ich eigentlich Zertrümmerer jetzt schon lernen? Aha. Milky, hilf mal! Ein kleines Milky Way. Oh, ich hätte jetzt auch gern Milky Way. Critical Hit! Milky möchte wahrscheinlich auch Milky Way haben. Oh ja, Milky Way! Das wäre jetzt was! Level 10! War keine Noll-Attackung. Ach, dafür bräuchte ich zur Schneider, okay. Und täglich grüßt ein neues Pokémon. Shinox! Level 5! Wie exquisit! Yuki. Yuki. Confusion! 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 Sehr schön. Kann eigentlich irgendeiner meine Pokémon nicht lernen? 40. Ach, das stimmt. Wurde ja auch angehoben. Milti könnte es lernen. Berkey, Kreisler, Sparky auch. Ich bin grad nicht sicher, wem ich das verbringen soll. Kreisler hat ein Item. Erstmal dir, Borky. Was hast du denn so schönes für mich, Kreisler? Nugget! What? Oh, Kreisler! Ich hab dich auch lieb. Jetzt kann das weg. Bisschen Antidote wäre nicht schlecht. So, noch ein Fluchtsaal. Schutz. Hier davon nochmal. Man weiß ja nie, ne? Ja, man weiß ja nie, Tchikön. Wie oft bin ich jetzt schon eigentlich in dieses Poké Center reingerannt? Und habe nicht mal die Tür geöffnet? Ich geh durch die Türen durch. Wer weiß? Wer weiß das schon? Niemand! Niemand! Du, du, du! Wall City! Wieso brauche ich vier Orden, um in dieses verkackte Museum zu gehen? Ich verstehe das nicht. Vielleicht ist doch die fünfte Arena drin. Aber sicher. Komm. Break this rock! Kein Pokémon. Welcome! Walk. Two, du!